Hallöche meine lieben Gnulis und willkommen zu einer Runde Rocket League. Das zocke ich eigentlich immer im Stream und der liebe Suma spielt heute mit. Ich werde jetzt spontan ein paar Leute von euch einladen, vielleicht seid ihr dann auch dabei. Zuerst möchte ich aber gerne mal in meine Garage reinschauen. Wenn ich weiß, was Rocket League ist, ist es ein Autorennenspiel, in dem man Fußball spielt. Und ich kann mir hier ein neues Gefährt. Ich finde, das sieht aus wie Gnu, Leute. Gucken wir mal, was es hier noch so freshes gibt. Ich habe schon voll viel freigeschaltet, das ist doch auch sehr schön. Wenn du Lust hast, wir können ja gerne eine Competition machen, welches Auto schöner aussieht. Und die Leute können in den Kommentaren abstimmen. Okay, das, das, da, da mache ich mit. Okay, warte, dann designe ich mir jetzt ein cooles Auto. Okay, Leute, denkt dran, ich bin sehr aus wie ein Gnu, ne, also. So. Da legt sich ernsthaft jemand mit mir an. Oh ja. Ich muss gar nicht glauben, wie gut das Auto aussieht, was ich mir jetzt hier mache. Hm. Hm. Guck, wir machen die Farbe, die ist doch schön. Und Orange, da machen wir ein schönes Gnu-Braun. Und das machen wir weiß. Wunderschön. Gucken wir mal die Reifen an. Ist halt voll unfair, weil ich habe halt schon viel mehr als du, glaube ich. Ach, das ist egal. Goldene Reifen, Leute, das muss sein. So richtiges Pimp-Gnu-Auto. Und was gibt es denn hier alles Feines? Hey, cool, da kann man auch verschiedene Auspuffs machen, so. Wirklich? Ja. Stimmt. Komm, weil wir ein Happy-Gnu sind, sollen wir nehmen. Dann machen wir deswegen Blumen aus dem Arsch. Ein Happy-Gnu. Da gibt es auch die Deadmau. Sehr geil. Ein Helm. Ne, wir lassen die Hörner, die sind einzigartig Teufelshörner. Und wenn du mich siehst, ganz ehrlich, ich sehe so awesome aus. So handsome. Süß, da kann man sogar noch hinten so kleine Dinger sich drauf schnallen. Auch sogar von Far Cry. Oh, das ist voll cool. Äh, von Fallout, wie geil. Oder, oh, Ape. Oh mein Gott, ich habe Ape geliebt. Kennst du das? Diesen Ape, dieses Alien? Ape, lass mal überlegen. Ähm, ich glaube nicht, ne. Komm, wir machen Fallout, das ist einfach geil. Eins ist fertig, schaut es euch an, Leute. Eins auch. Bist du auch fertig? Ja. Sehr gut. Leute, ihr könnt auch jederzeit immer in den Streams mitspielen. Ihr müsst einfach nur mal zu einem Stream kommen. Und dann sind wir alle happy, so. Und spiel alleine. Soll mir aber recht sein, weil dann kann ich direkt mal den Ball reinfeuern. Ja, mit meiner behinderten Antenne da hinten und ich schieße so ekelhafte Blumen aus dem Arsch. So, warte, ich muss noch mal. Warte. So, Leute. Du hast einen Kuchen drauf. Ja. Und was ist im Kuchen drin? Hm, Schlagsahne. Echt? Ja, was ist da drauf? Was steckt da hinten drauf bei dir? Einen Alienkopf. Ja, von Oddworld. Hast du mal Oddworld gespielt? Ja, aber guck mal, was bei mir da ist. Das ist viel schöner als ein Fallout. Was? Du hast einen Fallout-Mensch gehabt? Auf jeden Fall, Leute. Ich finde, ich habe den Kreativeren. Nein, ich finde meiner viel schöner. Das Tolle ist genug. Nein, meiner ist toller. Und guck mal, wenn ich Gas gebe, siehst du das? Schau mal, wenn ich Gas gebe. Mhh, da kommt gar nichts raus. Nee, da kommt ein Wurzraum. Deswegen, du hast verloren. Nein. Das ist voll unfair, ey. Zwei gegen einen, ey. Wenn ich dich kaputt mache. Das ist unfair, Leute. Du bist tausmal besser. Du bist voll gut. Nein. Stimmt überhaupt nicht. Na, schau, jetzt steht es erst 3 zu 3. Ja, super. Also hätte ich... Also, es liegt ja nicht daran, dass ich schon bereits, äh, ja... Ja. Tore geschossen habe, aber... Anscheinend gibt es auch jetzt eine Hockey-Map und eine Basketball-Map. Die müssten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Ich würde sagen, dann machen wir das. Ja, ich auch. Nein! Yes! Ich bin voll so der, äh, der Hippie-Truck, so mit den Blumen und allem Scheiß. Das ist sau unfair alleine, ey, gegen euch Arschlöcher. Was? Und Leute, es ist auch wichtig, zu wissen, wir spielen mit Tastatur. Das ist erschwert das Ganze anscheinend nochmal. Ich bin da jetzt schon so dran gewöhnt, dass ich sagen muss, äh, ich kann es nur noch mit Tastatur spielen. Shit, ey. Jetzt habe ich eh verloren, ey. Wieso denn? Weil sobald er... Ja, aber ich habe kein Torwart. Nein, Thomas! Nein! Nein! Oh nein, du bekommst... Ah! Oh, scheiße! Das sind sie schon später. Scheiße, besser ging es ja gar nicht. Das ist Reflexe wie so von dem Hamster. Warte, jetzt, 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 jetzt. Komm, nein, nein! Ich habe keinen Puffer mehr! Komm schon, komm schon! Ah! Du auch, ey! Ich auch! Ich bin neun im Spiel. Das geht's doch nicht. Haut ab! Not today! Was? Ernsthaft? Das war doch nicht fein jetzt von dir. Das war nicht schön gespielt. Nee, 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 nee. Hau ab! Ich will noch ein Tor machen. Komm schon, bitte, lass mich eins machen! Nope. Not today! Hey! Hör auf, mich so zu rammeln! Komm schon, komm schon, lass mich ein Tor... Oh, 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 oh! Oh, nein! Oh, ja! Nein! Like a boss! Yeah! Ach, shit, ey, wenn du nicht im Weg gewesen wärst... Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Hau ab, hau ab, bitte nicht! Nein, nein, tu's nicht! Nein! Nein! Scheiße! Das ist doch unfair! Yes! Mobbing! Boah! Boah, das ist ja gemein! Yes! Ja, sehr nice! Ich würde sagen, jetzt versuchen wir mal den Basketball-Modus, oder? Würde ich auch sagen! Gehen wir zusammen in eins! Wir alle schon Semi-Profi sind! Was muss man da machen überhaupt hier? Du musst den Ball in den Korb hochführen! Ey, da ist ja ein Hater! Wer ist denn der Hater? Hä? Oha! Wie machen die das? Boah, von Alucard! Oha, ihr Schweine! Der hatte schon gespielt! 100%! Schau dir mal an, wie er da rumspringt! Ihr Rassen! Aber das ist ja voll cool gemacht! Rocket League ist ja so ein geiles Spiel! Ja, ist echt geil! Vor allem gerade ist es doch auch umsonst, oder? Ja, aber nur das Wochenende! Shit, ey! Das gibt's doch nicht! Ah, gut! Okay! So, haut ab! Ah! Hier ist voll viel los, Mann! Verpisst euch mal alle! Komm schon, den kriegen wir mal rein! Ah, shit, ey! Wie willst du denn den da reinkriegen? Ist ja endschwer! Ja! Gleich, warte! Scheiße! Nein! Ist echt schwer! Komm schon, den kriegen wir hin! Oh nein! Und, 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 und! Das ist doch unser Tor! Ja! Wie ich hier die Blumen rausschieße, ey! Uff! Ja! Ja! Sehr gut! Nein! Der Oliver Kahn hat's gemacht! Der Gigant, der war da wieder am Dreher! Der Gigant, der war da noch nicht! Das ist lustig! Uah! Shit! Komm, 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 komm! Ach, kacke, ey! Oh, no! Boah, ist das schwer! Yeah! ja baby kommt schon nein es sind einfach zu viele hier da weiß man gar nicht wo man hinspringen leute könnt ihr auch mal reinschreiben ob ihr das spiel schon spielt und spielt es mit controller oder mit tastatur ich bin extrem cool und ganz knapp ich finde es extrem cool dass das spiel auch plattform übergreifend ist ich finde ganz ehrlich die sollten jedes spiel plattform ja finde ich auch aber dann ja das wäre richtig geil aber gut dann hätten wir halt schon mal die frage ob es dann für dann wird es heißen wenn pc leute am shooter dann mehr abschießen ja ist ja klar weil da ist es ja schwierig manche spielen auch lieber mit der ballkamera aber das ist ehrlich gesagt nicht meins ich bin nur mit dabei kann echt nein scheiße wir haben uns so gut geschlagen und und nein ich verspring da noch ich blöder idiot es hat sich an als würden die so fußschritte machen gell hier ja nein oh komm wir haben verloren 11 bis ihr deutsch runterzählen schade aber egal richtig geil richtig geil also hat absolutes suchtpotenzial wenn es euch gefallen hat sagen wir fette hüffchen nach oben und wie gesagt ihr könnt in den live streams immer gern mitspielen ich streame eigentlich jeden mittwoch und am wochenende das gebe ich aber meistens bescheid in twitch heißt es saftiges nur da könnt ihr einfach beitreten und mit zocken und die sieht man auch mal meinen wunderschönen wagen und wie ich gesehen wie gesagt ich habe einen schöneren wagen als nein genau und stimmt ab welcher wagen schöner meiner oder seine habt am anfang gesehen ich blende euch noch mal ein und deswegen schaut euch mal diesen schwulen kuchen an das geht ja gar nicht was für schwul da kann man sich auch eine goat dran stecken guck mal ein anderer hat eine goat süß eine goat süß dann sagen wir wie immer dankeschön fürs zuschauen und wir sagen ade maschi tschüssi ein